Die zu veräußernde Wohnanlage steht im Kreis Mainz, Bingen. Das im Jahr 1992 erbaute Objekt wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Anlage verfügt über einen Parkplatz. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 0 Quadratmetern weist das Objekt eine vermietbare Fläche von ca. 82 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis beläuft sich auf 165.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020